Sehr geehrte Damen und Herren, hier ist Joe Doe von KHS News. Auch in diesem Winter lassen die Klosterhofspiele langen Zähn sie nicht im Stich. In diesen kalten Monaten lädt sie das junge Ensemble ein, Zeuge einer atemberaubenden Krimi-Komödie zu werden. Mord streng biologisch. Doch damit nicht genug. Unser Winterensemble läutet das neue Jahr mit der Komödie Altweiberfrühling ein. Seien sie dabei und staunen sie, wie aus der alten verwitweten Marta eine Modedesignerin wird, deren Kreationen das kleine Dorf in Unruhe versetzen. Die Pariser Fashion Week ist nichts dagegen. Also wenn sie sich in den kalten Monaten nach einem schönen Abend sehnen, sichern sie ihren Liebsten ein paar Karten für unsere Stücke und ich garantiere ihnen, sie werden es nicht bereuen. Versprochen. Untertitelung des ZDF, 2020